Frank! Was machst du denn hier? Kimmo's habe. Ich brauche dich. Sie kommen. Ich kann es fühlen. Hör zu. Ich bin im Ruhestand und ich bin glücklich. Wir sind glücklich. Du hast seit ner Ewigkeit niemanden mehr umgelegt. Das ist was Positives. Dann nimm die Kleine eben mit, wenn du dich dann besser fühlst. Die Kleine kommt nicht mit. Nicht mit? Wohin? Vor 96 Stunden hat jemand behauptet, wir wären Teil einer Operation namens Nightshade. Während des Kalten Krieges wurde eine Megatonnenbombe in Einzelteilen nach Moskau geschmuggelt und wieder zusammengebaut. Der Wissenschaftler war Edward Bailey. Er sitzt in einer Irrenanstalt für geisteskranke Kriminelle. Frank Moses, mein lieber Freund! Warum siehst du so alt aus? Du bist seit 32 Jahren hier eingesperrt. Ach komm Frankie, das soll wohl ein Witz sein. Los, nimm die Deckung hoch! Sieht nicht gut aus. Hallo Frank, ich hab dich vermisst. Na wie läuft's denn so? Ja, Frank, wie läuft's denn so? Ist, ist da im Kofferraum ein, ein Mensch? Ja? Ja? Untertitelung des ZDF für funk, 2017